Hallo und herzlich willkommen zu unserem Special-Netzwerk-Berechnungsverfahren. Und in diesem Special werden wir uns nicht irgendein Netzwerk anschauen, sondern dieses Netzwerk. Und wir werden dieses Netzwerk berechnen nicht mit einem Berechnungsverfahren, auch nicht mit zwei. Nein, wir werden dieses Netzwerk berechnen mit allen uns bekannten fünf Berechnungsverfahren. Und das Besondere an diesem Netzwerk ist, dass es sowohl eine Spannungsquelle als auch eine Stromquelle hat. Und bevor wir beginnen mit den einzelnen Verfahren, möchten wir die Schaltung analysieren. Und das machen wir wie folgt. Wir identifizieren die Knoten und die Maschen in dieser Schaltung. Das ist hier schon geschehen. Wir sehen, wir haben drei grüne Knoten A, B und C. Und wir haben drei violette Maschen. Doch nicht alle Maschen und Knoten sind für eine Berechnung relevant. Und das wollen wir uns als nächstes anschauen. Von den hier gekennzeichneten drei Knoten sind tatsächlich nur zwei mathematisch relevant. Wir sprechen auch von der Anzahl der unabhängigen Knoten. Diese Anzahl ist eins geringer als die tatsächliche Anzahl der Knoten. Praktisch heißt das, dass wir in einem Netzwerk mit drei Knoten mit zwei Knoten den dritten Knoten einfach aus den anderen beiden Knoten errechnen können. Also wäre damit die dritte Knotengleichung nicht mathematisch unabhängig. Für die Anzahl der Maschen, die mathematisch erforderlich ist, um die Schaltung zu lösen, geht man wie folgt vor. Man zählt die Anzahl der Zweige. Dazu wäre zu klären, was sind Zweige. Zweige verbinden jeweils zwei Knoten. Und wir haben hier fünf Zweige und zwar von A nach C. Das ist hier ganz links der erste, der zweite von A nach B, der dritte, vierte und hier der fünfte. Wichtig ist, dass wir zum einen das so interpretieren können, dass wir die reale Stromquelle als einen Zweipol sehen und damit taucht er auch nur einmal in einer Masche auf. Wir können aber auch sagen, dass eine ideale Stromquelle nicht als Rechenzweig zählt. Es kommt beides auf das Gleiche hinaus. Wichtig ist also, eine reale Stromquelle wird als Zweig nur einmal gezählt. Damit kommen wir mit drei Maschen heraus. Wir haben also zwei unabhängige Knoten und drei unabhängige Maschen. Für die Matrizenverfahren können wir den Rechenaufwand ganz gut abschätzen über die Gleichungsanzahl. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also bei den kirchhoffschen Gesetzen brauchen wir alle. Wir brauchen sowohl die Knotengleichungen als auch die Maschengleichungen, jeweils die unabhängigen. Und das ist dann entsprechend zwei plus drei. Das bedeutet, wir haben hier fünf Gleichungen, mit denen wir in die Berechnung gehen und enden damit mit einer 5x5-Widerstandsmatrix, die wir dann entsprechend invertieren müssen in eine Leitwertmatrix. Bei der Maschenstromanalyse sieht es schon wesentlich freundlicher aus. Wir haben hier nur drei Maschengleichungen. Das bedeutet, wir kommen hier mit einer 3x3-Widerstandsmatrix heraus, die wir dann in eine Leitwertmatrix invertieren. Und schließlich, was hier besonders angenehm ist, die Knotenspannungsanalyse hat ja nur zwei Gleichungen, also eine 2x2-Leitwertmatrix, die wir in eine Widerstandsmatrix invertieren. Für die anderen beiden Verfahren Superposition und Zweipoltheorie ist der Rechenaufwand relativ schwierig abzuschätzen. Man kann nur eine grobe Vorabschätzung über die Quellenanzahl machen. Das ist aber alles in allem relativ ungenau. Im Allgemeinen rechnen wir ja mit der Superposition und der Zweipoltheorie ohnehin einzelne Ströme und Spannungen aus. Das heißt, der Aufwand, der formale Aufwand ist viel größer. Allerdings sind die einzelnen Rechenschritte durchaus einfacher. Doch der letzte Vorbereitungsschritt, bevor wir jetzt mit den Berechnungen beginnen, ist, dass wir alle Ströme und alle Spannungen in die Schaltung einzeichnen müssen. Wichtig ist, dass wir diese Reihenfolge einhalten. Zuerst werden die Ströme eingezeichnet und anschließend die Spannungen in Stromrichtung über den Widerständen. Wenn die Schaltung dann so aussieht, ist sie fertig für die einzelnen Berechnungsverfahren, die jetzt in den nächsten Videos kommen. Alle Berechnungsverfahren sind mit einheitlichen Bezeichnungen ausgeführt, sodass sie gut untereinander verglichen werden können. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Bis zum nächsten Mal.